Was mit der Nockenwelle? Halb zäh, ich komm schon wieder zu spät. Warum hast du mich denn nicht geweckt? Auf 284 Grad verschärft? Warum verschworen mich mit dem Latein gequatscht? Sprech Deutsch. Weiß ich nicht, da muss ich den Gerds fragen. Berti, Grüße bis Berti. Was? Was telefonierst du denn da rum? Vergiss nicht, wieder die Einheiten aufzuschreiben. Mama, du nervst. Was? Nein, du nicht. Ich hab mit meiner Mutter gesprochen. Okay, dann sieh zu, dass du das hinkriegst. Ciao. Oh Mann, so gewinn ich nie. Das ist doch nicht dein Ernst mit dem Rennen, oder? Psst, meine Mutter. Die kann ruhig wissen, dass wir nicht nur Händchen halten. So katholisch, das wär selbst ein Papst peinlich. Ich halt das nicht mehr aus. Wir hätten längst eine eigene Wohnung haben können. Uschi, du fängst schon wieder an. Wenn ich meine Reifen krieg, ist das überhaupt kein Problem. Ah, und wenn nicht? Komm jetzt endlich. Es ist gut aus. Berti, ich bin jetzt versteckt. Spielen leid. Überleg dir das doch nochmal mit dem Rennen. Wieso denn? Wer hat nicht die geringste Chance gegen mich? Wer hat denn Benz? Na und? Meinst du, ich kneif vor so nem Wichser? Uschi, ich hab nen Ruf zu verlieren. Ja, als Spinner. Als Spinner. Ja, als Spinner. Ja. Ja. Ja.